Ich bin Christoph Förster und möchte heute eine Idee mit euch teilen. Die ganz klar Bezug nimmt auf die Lockdown-Bedingungen momentan. Den harten Lockdown, der jetzt seit Anfang Januar hier bei uns in Deutschland herrscht. Auch mittlerweile jetzt hier bei uns in Deutschland muss man ja sagen, weil in vielen anderen Ländern die Zügel doch schon eine ganze Zeit ein bisschen enger geschnallt waren. Oder immer mal wieder zwischendurch das zumindest waren. Es geht um diese Einschränkungen, die jetzt doch auch viele Landkreise betrifft, in denen das Corona-Geschehen, in denen die Infektionszahlen einfach ein bisschen höher sind, zu hoch sind. Ja, diesen 15 Kilometer Radius, den viel beschriebenen und auch viel beschriebenen, an dem sich ja so ein bisschen die Geister auch schieden. Also die Einschränkung, dann wirklich nur noch bis auf 15 Kilometer den eigenen Wohnort verlassen zu dürfen. Ist das schon eine unerhörte Einschränkung der persönlichen Freiheit oder ist das genau das, was es jetzt braucht, um diese Pandemie einzudämmen? Ich bin nach wie vor eher bei der zweiten Meinung. Ich glaube, dass wir uns jetzt wirklich alle mal am Riemen reißen müssen. Noch einmal und noch eine Zeit lang, um ja dann möglichst schnell aber auch eben wieder unsere Freiheiten zurückzugewinnen. Ich glaube, dass das eine gesellschaftliche Verantwortung ist, die wir da haben. Ist meine ganz persönliche Meinung. Ich finde es aber unglaublich spannend, wie viele sich an diesem 15 Kilometer Radius so aufhängen. Und deshalb will ich da heute mal drauf gucken und mal schauen, ob wir vielleicht nicht alle von dieser Idee des 15 Kilometer Radiuses um unseren Wohnort profitieren können. Ob wir jetzt in einem Landkreis leben mit hohen Infektionszahlen oder nicht, vielleicht sogar davon profitieren können über den Lockdown hinaus. Meiner Erfahrung nach ist es so ein grundsätzliches Phänomen, dass wir uns immer sehr aufregen, wenn uns etwas vorgesetzt wird oder wenn uns etwas verboten wird. Und die Frage könnte ja aber auch sein, wollen wir uns nicht einfach selber mal so eine Challenge auferlegen oder so eine Regel setzen? Ich mache das immer wieder mal und das steckt auch in dieser Idee der Mikroabenteuer drin, die ich ja ganz oft in ganz vielen Folgen auch immer wieder schon mal formuliert habe oder beschrieben habe. Einfach zu schauen, was kann ich denn unter bestimmten Bedingungen umsetzen an zum Beispiel Abenteuerideen? Was kann ich umsetzen, wenn ich nur 72 Stunden habe? Das ist ja so mein Zeitfenster, was ich veranschlage für ein Mikroabenteuer. Was kann ich umsetzen, wenn ich vielleicht nur 10 Euro zur Verfügung habe? Was kann ich umsetzen, wenn ich mir einen gewissen Radius um meinen Wohnort ziehe? Was ist da alles möglich? Und das habe ich immer wieder auch in der Vergangenheit schon gemacht. Ich habe für mein Mikroabenteuer Jahreszeitenbuch, was jetzt dieses Jahr Ende des Sommers erscheinen wird, auch die Idee formuliert, verschiedene Radien um meinen Wohnort zu ziehen. Einmal 100 Kilometer, einmal 300 Kilometer und einmal 600 Kilometer. Habe ich auch in einer Podcast-Folge hier schon mal drüber gesprochen. 600 Kilometer zum Beispiel, weil ich immer dachte, nach München kannst du ja mit der Bahn noch wunderbar kommen. Das ist so in der gelernten Welt ganz gut erreichbar, weil es einfach auch in Deutschland liegt. Wenn ich aber diese Entfernung nehme von Hamburg nach München und das sind 600 Kilometer und da man auf der Karte einen Radius ziehe, dann stelle ich auf einmal fest, dass innerhalb dieses Radius zum Beispiel komplett Dänemark liegt. Weite Teile Polens, die kompletten Benelux-Länder, ein Stück weit sogar Vereinigtes Königreich, also England. Und ganz oben kratzen wir auch noch ein bisschen Norwegen bei einem 600 Kilometer Radius rund um Hamburg. Macht das mal, rund um euren Wohnort. Und das kann man natürlich immer weiter runterbrechen. Und je weiter wir das runterbrechen, also je kleiner wir diesen Radius machen, desto interessanter wird es, weil es natürlich immer mehr auch ein Mikroabenteuer wird, weil der Kreis sich immer kleiner zieht. Und was ist denn, wenn wir mal diesen 15 Kilometer Radius uns nehmen und da mal drauf schauen? Weil für viele von uns fühlt sich das jetzt erstmal so an, 15 Kilometer, da kann ich ja nirgendwo mehr hin, da kann ich ja gar nichts mehr machen. Wenn ich jetzt in Autokilometern denke, dann mag sich das sehr, sehr wenig anhören. Wenn ich aber in Fußkilometern denke oder Fahrradkilometern, dann ist das viel, viel mehr, als wir oft glauben. Und deswegen habe ich heute jetzt für diese Folge mal die Abenteuerformel für den Lockdown formuliert. Diese Formel lautet R plus 2 Pi R plus R und beschreibt die Strecke, die wir zurücklegen würden, wenn wir von unserem Wohnort einmal die 15 Kilometer in der direkten Linie rausfahren. Dann einmal einen Kreis mit diesem Radius 15 Kilometer machen, um dann von der gleichen Stelle, an der wir auf diesem Kreis gestartet sind, wieder zurück zu unserem Wohnort zu fahren oder zu wandern. Und wenn wir da mal den Radius von 15 Kilometern veranschlagen, dann kommen wir auf eine Gesamtstrecke von über 124 Kilometer. 124,248 Kilometer genau. Und das ist nur die Luftlinie. Das könnten wir zurücklegen, wenn wir wirklich diesen Radius komplett ausreizen. Einmal rundherum um unseren Wohnort. Zum Beispiel zu Fuß hin einmal rum oder mit dem Rad hin einmal rum. Zu Fuß natürlich viel, viel mehr als eine Tagestour und mit dem Fahrrad sicherlich auch. Kann man an einem Tag machen, aber vielleicht sind es auch zwei Tage, die man da machen kann. Was nicht bedeutet, dass wir jetzt alle uns in dieses Abenteuer stürzen sollten. Es geht vielmehr um diese Perspektive auf diese Entfernung, auf diesen Radius, auf diese Beschneidung. 15 Kilometer nur sich vom Wohnort entfernen zu dürfen. Natürlich können wir in diesem Umkreis noch viel mehr Kilometer machen, wenn wir denn wollen würden. Das ist eine Fläche, von der wir da reden, die ist über 700 Quadratkilometer groß. Habe ich auch ausgerechnet. 706,858 Quadratkilometer sind das, wenn wir den Radius von 15 Kilometern nehmen. Und das finde ich unglaublich spannend, da mal drauf zu gucken. Es kann mir keiner erzählen, dass er in diesem Radius, in diesem Umkreis um seinen Wohnort wirklich schon jede Ecke kennt. Und für mich ist das immer wieder eine total willkommene Übung, wenn mir jemand was vorgibt und ich muss dann daraus etwas machen. Ich muss gucken, was möglich ist in diesem Rahmen oder mit dem, was ich da zur Verfügung habe. Das Beste aus dem Machen, was wir haben, da wo wir sind, das sage ich auch immer wieder, ist eine Fähigkeit, die vielleicht die wichtigste überhaupt ist. Wenn wir jetzt auf diese Lockdown-Verordnung gucken, dann weiß ich auch, dass es da Fälle gibt, da fragt man sich, welchen Sinn jetzt diese Regel macht. Wenn da eine sehr kranke Oma zum Beispiel 20 Kilometer von einem entfernt wohnt oder da Kinder sind, die bei verschiedenen Elternteilen wohnen und eben weiter entfernt als 15 Kilometer voneinander dann immer mal wieder zu Hause sind. Ich weiß, dass es Einzelfälle gibt, da fragt man sich wirklich nach dem Sinn dieser Regeln. Aber das ist ja klar und das ist bei allen diesen Regeln so. Denn wie soll es möglich sein, in so kurzer Zeit auch mit Regeln und Regelungen für jeden Einzelfall dann schon aufwarten zu können für die Politik? Ich glaube, wie gesagt, dass wir da einfach jeder für sich auch dann mal zurückstecken müssen und sagen, im Großen und Ganzen ist das wirklich so eine vernünftige Regelung. Und wir machen das hier vor allem deshalb, weil wir gemeinsam schnellstmöglich wieder einen in Anführungszeichen Normalzustand haben wollen. Aber tut euch selbst mal den Gefallen und macht es mal. Schaut auf diesen 15 Kilometer Radius rund um euren Wohnort. Ich werde euch auch sagen, wo ihr das tun könnt. Es gibt eine ganz, ganz tolle Website, die heißt kalkmaps.com. Und wenn ihr auf diese Seite geht, da könnt ihr den Radius um euren Wohnort direkt eingeben und dann wird er auf der Karte angezeigt. Also gibt es verschiedene Skalierungen. Die 15 Kilometer sind da auf jeden Fall drin. Ihr könnt auch 100 Kilometer nehmen, ihr könnt 500 Kilometer nehmen, ihr könnt aber auch mal 500 Meter nehmen. Und es ist total abgefahren zu sehen, was dann da alles reinfällt in den jeweiligen Radius. Also kalkmaps.com, das schaut ihr euch mal an und guckt, was denn da so möglich ist in einem 15 Kilometer Radius um euren Wohnort. Und dann kann ich nur wiederholen, alles was Individualsport ist von unserer Haustür aus, ist ja nicht nur erlaubt, sondern auch ausdrücklich gewünscht. Also wandern von der Haustür aus, Radfahren von der Haustür aus und dann in diesem Rahmen, in diesem Radius ist alles wunderbar, ist alles okay, ist alles fein, wenn wir es denn alleine machen oder wenn wir es mit jemandem aus unserem Hausstand machen. Wenn wir es nun mit jemand anderem machen, dann wird es schon wieder ein bisschen schwierig, weil da die Frage ist, können wir wirklich die Abstände auch so einhalten, wollen wir wirklich mit Maske unterwegs sein die ganze Zeit. Aber das muss natürlich jeder auch für sich selbst entscheiden und verantworten. Ich selbst tue mich ehrlich gesagt momentan und auch in den letzten Wochen und Monaten total schwer damit, rauszugehen, wirklich Abenteuer zu erleben, das heißt auch Nächte draußen im Wald zu verbringen, weitere Strecken zurückzulegen und dann das Groß rauszuposaunen, weil ich den Eindruck habe, dass das gerade nicht angesagt oder nicht angemessen ist in der aktuellen Situation. Ich glaube nicht, dass es schadet, weil wie gesagt, wenn wir alleine dort draußen unterwegs sind, dann tut uns das nur gut. Ich habe aber das Gefühl, dass es eben gerade nicht so angemessen ist, das Groß rauszuposaunen und selbst wenn ich es machen würde momentan, würde ich es glaube ich nicht so an die große Glocke hängen, weil es dann doch immer wieder Menschen gibt, die das in den falschen Hals kriegen und denken, ja jetzt müssen wir los und jetzt müssen wir doch mit dem Schlitten in den Harz oder da, wo dann alle unterwegs sind. Und dann haben wir natürlich schon wieder ein Problem. Ich glaube, dass die Zeit momentan wirklich eine große Chance ist, auch Neues zu entdecken. Und Neues heißt eben nicht immer nur irgendwas noch Abgefahreneres, irgendwas, was noch weiter weg ist, sondern irgendwas, was näher dran ist, was vielleicht kleiner ist als das, was wir in der Vergangenheit immer entdecken wollten oder von dem wir so geträumt haben, jetzt auch für diese Zeit. Kleiner, näher dran, aber das bedeutet nicht schlechter, im Gegenteil. Ich habe gerade eine unglaubliche Freude daran, in eiskaltes Wasser zu steigen. Ich war jetzt ja schon ein paar Mal in der Elbe auch in diesem Jahr, die hat gerade drei Grad, habe meine Outdoor-Badewanne im Garten stehen. Und das ist ja nun wirklich was ganz Kleines, was mir aber ganz, ganz viel gibt momentan, wo ich immer mal wieder Momente habe, auch wenn es nur wenige Minuten sind, wo ich voll bei mir bin, wo ich eintauche im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ja auch in die Natur, in meine direkte Umgebung und mich aber auch extrem spüre durch diese Kälte des Wassers. Und das ist was, was ich vielleicht so nicht gemacht hätte, wenn ich jetzt mich frei hätte bewegen können. Und deswegen glaube ich, ist es gerade wirklich eine Chance. Also warum nicht mal diesen 15 Kilometer Radius nehmen und gucken, wenn das jetzt unsere Perspektive ist, unser Horizont. Ja, was liegt denn da alles? Wir brauchen das manchmal, dass wir so einen von Latz geknallt kriegen. Das ist wie mit einem Herzinfarkt, den man irgendwann hat und dann erst einem klar wird, wie wertvoll doch das Leben ist, dass man dann erst anfängt, sich gesund zu ernähren, dass man dann erst wirklich Dinge ändert. Das mag jetzt ein harter oder vielleicht auch ein nicht passender, unangemessener Vergleich sein. Aber oft ist es so, dass wir erstmal einen von Latz brauchen, um wirklich auch Dinge zu sehen, um auf Dinge gestoßen zu werden. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir erst anfangen, wirklich darüber nachzudenken, wie wir weniger Auto fahren, wenn das Benzin mal fünf Euro kostet. Bis dahin werden wir noch zu bequem sein und werden nicht verzichten auf Annehmlichkeiten, nur weil vielleicht irgendein abstraktes Ziel damit erreicht werden könnte. Nämlich die Umwelt, die sich dann ein bisschen erholt, was einfach noch wahrscheinlich ein paar hundert Jahre dauern wird, wenn wir jetzt ein bisschen weniger Auto fahren. Aber wenn jetzt das Benzin auf einmal fünf Euro kostet oder zehn oder zwanzig, dann werden wir uns relativ schnell Gedanken darüber machen, wie wir das hinkriegen. Weniger von diesem Mist zu verbrauchen, Fahrgemeinschaften zu bilden, öffentlichen Nahverkehr ausbauen, aufs Fahrrad umsteigen. Dann wird es funktionieren, aber wahrscheinlich auch erst dann. Wie gesagt, ich habe die Erfahrung auf einer anderen Ebene für mich genauso gemacht, nämlich mit der Idee des Mikroabenteuers. Ich habe mir Regeln gesetzt, die kann ich gerne hier nochmal kurz wiederholen. Die erste ist dieses Zeitfenster. Ich bin maximal 72 Stunden unterwegs bei einem Mikroabenteuer. Die zweite ist, ich benutze kein Auto, kein Flugzeug. Und die dritte ist, wenn eine Nacht dabei ist, dafür bringe ich die draußen ohne Zelt. Das sind willkürlich von mir festgelegte Regeln. Mittlerweile ist noch so eine vierte dazu gekommen, nämlich wenn ich irgendwo draußen übernachte und da ist Wasser in der Nähe, springe ich morgens einmal rein. Diese Regeln habe ich für mich genommen, um mich herauszufordern und immer wieder mich auch aus der Komfortzone rauszuholen, zu gucken, wie kriege ich das jetzt hin, wenn ich diese Regeln erfüllen will. Und deshalb sind die für mich total wertvoll geworden. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass selbst innerhalb dieses Mikroabenteuers dann noch weitere Regeln immer wieder einmal pushen, aber auch dann wieder Spaß machen. Wie zum Beispiel, ich gehe an jeder zweiten Abzweigung rechts und an jeder vierten links, um mich so ein bisschen auch in die Ungewissheit zu begeben. Oder ich laufe einen Tag lang nur geradeaus, so gut es geht. Diese Radien um den Wohnort gehören genau so dazu. Und warum nicht mal die 15 Kilometer nehmen und schauen, was da möglich ist. Diese 15 Kilometer sind ehrlich gesagt ein super Mikroabenteuerradius. Nehmt das mal mit und macht damit, was ihr wollt. Und den Online-Rechner, wo ihr euren Radius um den Wohnort direkt sehen könnt, den tue ich euch auch nochmal in den Newsletter rein. Den Link dazu. Der Newsletter zu diesem Podcast erscheint immer einmal der Woche, am Ende der Woche. Und abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash frei raus. Wie gesagt, den Link dazu packe ich rein. Mal schauen, was da diese Woche noch alles so reinkommt. Im letzten hatte ich jetzt meine Lieblingsbücher noch aus dem Jahr 2020 drin. Ich habe noch einen Wintergummistiefel empfohlen. Also da sind immer mal wieder auch persönliche Tipps drin. Lohnt sich, da mal reinzulesen. Ist natürlich auch kostenlos. Das könnt ihr jederzeit wieder abbestellen, wenn euch das nicht gefällt. Wenn ihr Lust habt auf mehr Inspiration, auf neue Perspektiven, auch noch auf dieses Jahr, was dieses Jahr noch so bereithält an Freiheit und Abenteuer für uns alle und für jeden Einzelnen von uns, dann hört gerne auch zur nächsten Folge wieder rein. Die kommt schon am Donnerstag. Donnerstag, die nächste Folge frei raus. Immer zweimal in der Woche momentan am Montag und am Donnerstag gibt es eine neue Folge. Macht es gut da draußen und passt auf euch auf. Ich bin hier, come hell or high water. Und wenn du hurt, dann wir bleed zusammen. Und wenn du ganzes Malenstert hast. Und wenn du dann nicht mit dem Angst hast, dann wird es gut da draußen. Dann wird es gut da draußen. Und wenn du dann auch mal ausprobieren, wenn du da draußen bist, dann dich da draußen herumschlarst. Und wenn du dann bist, dann kannst du 1941 rausnehmen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018